Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und heute räumen wir mit einem Irrtum auf über den Harry Potter Park. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und ihr seid hier auf einem Kanal, der sich komplett mit dem Thema Freizeitpark, Kirmes, Achterbahn und Sonnensiegen beschäftigt. Und die meisten von euch kennen den Kanal, weil ihr habt den abonniert, solltet ihr auch tun, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aber das ist so ein Video, ich glaube, das spricht halt viele Leute an, die sich nicht intensiv mit dieser Szene oder dieser Thematik auseinandersetzen, aber schon mal Galileo K1 Reportage oder sonstiges gesehen haben, wo immer vom Harry Potter Park gesprochen wird. Der Harry Potter Freizeitpark, der Harry Potter Park hier, der Harry Potter Park da. Und das ist eigentlich alles falsch, das stimmt einfach nicht und mit diesem kleinen Irrtum möchte ich in diesem Video aufräumen. Und das Ganze am Beispiel Orlando, Florida. Und ich glaube, das ist auch in den Reportagen meistens der Harry Potter Park, um den es in diesen Reportagen geht oder Berichten oder sonstigen Quark. Und in Orlando ist das Universal Resort Orlando und da ist der Harry Potter Park quasi. Aber ich habe ja gesagt, dass es Quatsch ist und es gibt keinen Harry Potter Park. Es gibt Freizeitparks mit Themenbereichen und es gibt in Orlando Freizeitparks, die haben Harry Potter Themenbereiche bei Universal. Das Ganze gibt es auch zum Beispiel bei Universal in Hollywood oder Universal in Japan, aber wie gesagt geht es jetzt um Florida hier. Und da sind im Orlando Resort direkt zwei Freizeitparks, die beide dann für euch als Harry Potter Fans relevant sein dürften. Einmal die Universal Studios und einmal Universal Islands of Adventure. Und in beiden Parks befinden sich Attraktionen mit der Harry Potter Thematik. Und wenn ihr das voll erleben wollt, müsst ihr auch für beide Parks Eintrittskarten haben. Es gibt dann entweder Einzeltickets pro Park und pro Tag oder auch Kombitickets mit beiden Parks an einem Tag und noch und nöscher. Also ihr braucht auf jeden Fall, um alles zu erleben, ein Ticket für beide Parks an einem Tag. Das schon mal vorab ist natürlich dann teurer. Fangen wir an mit den Universal Studios. Und ein Themenbereich, der sich da mit Harry Potter beschäftigt, ist ziemlich weit in der Ecke hinten durch. Und es gibt die Winkelgasse. Da kommt ihr auch nur ein bisschen hin, versteckt hin. Da ist halt eine große Backsteinwand. Und es gibt den Sound von dieser sich bewegenden Backsteinwand. Aber ihr läuft halt einfach nur um die Backsteinwand drumherum. Und steht dann in der Winkelgasse, was einfach mal so voll overload ist. Puh, krass. Es ist einfach richtig geil, richtig schön gestaltet. Einfach episch. Es gibt sämtliche Läden, die ihr euch vorstellen könnt. Es gibt Ollivanders. Es gibt Wissis zauberhafte Zauberscherze. Und ich weiß nicht, was noch alles an Shops am Start ist. Es gibt eine Eulerei, wo alles zugekackt ist und die Eulen sich auch bewegen. Und ihr könnt in sämtliche Läden rein. Ihr könnt in sämtlichen Läden einkaufen. Ihr könnt überteuerte Harry Potter Umhänge kaufen. Es geht da alles. Es ist richtig nice. Sieht richtig geil aus. Und versteckt ist dann auch noch an der Winkelgasse dran, der Eingang zur Noctorengasse, wo es dann auch einen Shop gibt, wo es wirklich nur schwarzmagische Merchandise-Artikel zu kaufen gibt. Und halt auch sehr viele andere Schaufenster, die sehr viele schwarzmagische Sachen aufgreifen. Und das Ganze ist da auch super düster und stimmig gestaltet und thematisiert. Richtig nice, müsst ihr einfach entdecken. Und wenn man dann außerhalb wieder ist, dann fällt natürlich auch der Blick auf Gringotts, auf dessen auch der Drache ist, der ab und an mal Feuerspalt. Witzigerweise macht ihr so ein Anzeichen, das gleich losgehen könnte und einfach freeze komplett die ganze Winkelgasse bleibt stehen. Sämtliche Handys und Kameras gehen nach oben und alle so, okay, gleich kommt das Feuer, gleich kommt das Feuer. Und dann kommt es nicht. Und alle stehen da so. Es ist wie so ein kleines Dorf, wo die Bahnschranken runtergehen und einfach das ganze Leben stillsteht. Und dann gibt es bei Gringotts noch eine Fahrattraktion, weil wir sind ja in einem Freizeitpark und da drin befindet sich quasi eine Achterbahn-Darkride-Erlebnis-Frame-Ride. Das kann man schlecht beschreiben, ich möchte hier auch nicht spoilern. Es gibt hier auf dem Kanal schon einzelne Reviews zu diesen Attraktionen oder wird es noch geben, je nachdem wann dieses Video jetzt kommt. Und ja, Harry Potter and the Escape from Gringotts ist quasi die Achterbahn in diesem Themenbereich, die halt sich komplett im Inneren befindet und richtig krass ist, richtig übertrieben gestaltet und aufwendig gemacht ist. Und es gibt dann außerhalb, das sieht man auch von dem Hauptweg aus schon, den Bahnhof Kings Cross. Und das ist dann quasi die zweite Fahrattraktion. Also das war es mit den Fahrattraktionen und Rides in dem Bereich, in den Studios. Außer halt jetzt noch dieses Hauptding, Kings Cross und was befindet sich da? Natürlich der Hogwarts Express. Und zum Hogwarts Express geht es durch, oder ja, geht es über gleich 9,75, wo man auch durch die Wand läuft. Das ist auch wieder so ein Ding, das siehst du halt einfach nur, wenn du da bist und du siehst wirklich die Leute durch diese Wand verschwinden. Aber das gibt es auch in dem Review zum Hogwarts Express, genauso wie was im Hogwarts Express passiert und warum ihr auch zweimal damit fahren müsst, um alles zu erleben. Aber wie gesagt, das ist dann alles für die Videos. Ich will hier keinen Spoilern, der noch vorhatte hinzufahren. Dann kann man da mit dem Hogwarts Express auch noch fahren. Und da ist nämlich der Knackpunkt, um das zu machen, müsst ihr ein Ticket für den zweiten Freizeitpark haben. Weil das Ganze ist nicht nur eine Attraktion, sondern auch eine Transportfahrt. Das bedeutet, dass ihr von den Universal Studios mit dem Hogwarts Express in Universal Islands of Adventure gefahren werdet. Und da steigt ihr am Bahnhof Hogsmeade aus. Ohne Ticket für beide Parks, kein Fahren mit dem Hogwarts Express. Das ist ein großer Nachteil, wenn man nur ein Ticket für einen Parktag hat. Gott, ist das kompliziert. In Hogsmeade angekommen, geht es raus aus dem Bahnhof, der natürlich viel kleiner ausfällt, viel nicht imposanter ist. Logischerweise ist er ja auch nicht. Und dann gibt es das ganze Dorf Hogsmeade mit unendlich vielen Läden natürlich wieder. Es gibt auch die drei Besen, wo ihr essen und trinken gehen könnt. Wir haben auch Butterbier probiert. Solltet ihr das vorhaben, teilt euch mit so vielen Leuten, wie es geht, einen Becher zum Probieren. Weil für den Preis und den Inhalt, also uns hat es nicht geschmeckt. Ich fand es echt nicht so. Also der erste Schluck ist so, doch. Der zweite ist so, ja. Und der dritte ist schon so, ach nee, hör auf. Loddet Sinn, Jung. Ja, ne, Hogsmeade, richtig krass. Die ganzen Schaufenster, wo man mit dem Zauberstäben irgendwelche Sachen auslösen kann und so. Das ist halt auch riesengroß einfach. Es ist Schnee auf den Dächern, weil im Film war ja in einem Teil mal Hogsmeade mit Schnee bedeckt. Und deswegen ist Hogsmeade ja immer voll mit Schnee. Kommt ein bisschen strange in Florida. Aber okay, kann man ja mal machen. Und ihr seht es dann auf jeden Fall auch schon von Weitem, das Schloss Hogwarts. Und es sieht einfach richtig krass aus, richtig episch. Vor allem abends, wenn es dunkel wird, ist es so richtig epic for the fullest. Und davor steht noch eine kleine Achterbahn. The Flight of the Hippogrife ist so ein Vekoma. Das ist Junior-Coaster-Standard-Layout. Steht halt noch davor, stand vorher schon. Da wurden umgestaltet dementsprechend. Aber in Hogwarts drin gibt es auch noch eine Fahrattraktion. Und das ist eine Themenfahrt, Dark Ride, Experience, Flug, keine Ahnung. Ich will nichts verraten. Es geht rein. Ihr werdet auf jeden Fall geflasht sein, denn ihr geht ein Treppenhaus hoch. Und da sind die Bilder, die Gemälde an den Wänden, die sich bewegen. Und es sieht sowas von real wie aus einem Film aus. Es sieht nicht aus wie irgendwelche Bildschirme, sondern es ist so krass geworden. Ihr lauft an Dumbledores Büro vorbei. Hey, begegnet Harry, Ron und Hermine und so weiter und so fort. Der Sprechenhut ist am Start und spricht. und dann gibt es diesen übertrieben krassen Ride und ja, das ist dann so der Bereich und das sind aber nur zwei Themenbereiche in zwei Freizeitparks denn die Parks selbst haben noch ganz viele andere Attraktionen wie ein ganz normaler Freizeitpark, die halt andere Themen haben wie Spider-Man, Hulk, Transformers, Man in Black, Jimmy Fallon die Minions, all diese Sachen, die ihr euch vorstellen könnt gibt es in beiden Parks auch noch dazu wir haben auch zu beiden Parks Parkchecks hier auf dem Kanal einmal Universal Studios und einmal Universal Islands of Adventure wo im Parkcheck jede Attraktion vorgestellt wird alles aufgelistet wird, was es in beiden Parks gibt und was die Unterschiede sind wenn euch das interessiert, guckt euch das gerne an aber wie ihr seht, es gibt nicht den Harry Potter Park sondern es gibt Freizeitparks mit Harry Potter Themenbereichen und vor allem da ist es halt so das sind sogar zwei verschiedene Freizeitparks mit zwei Themenbereichen, die einfach nur eine Harry Potter Gestaltung haben und es wird immer so dahergesagt aber es kann halt zu falschen Erwartungen führen oder falsch rüberkommen und das Video sollte einfach mal ein bisschen aufklären in die Richtung und ja, vielleicht habt ihr was gelernt wisst ein bisschen was mehr könnt ihr damit jetzt angeben guckt euch die Videos an, die wir sonst so zu den Bereichen gemacht haben und zu dem Thema oder zu den Parks und ansonsten abonniert ihr jetzt diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen ich bin jetzt raus ihr seid die coolsten euer Bro für das Radvideo Videomagazin Peace Ich bin jetzt mit euch 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 Vielen Dank.